Wenn du an deiner Rhetorik arbeitest, wirst du erfolgreicher und glücklicher. Das klingt total plakativ, ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass es genau so ist. Denn wenn du gut kommunizierst, hast du es leichter in deiner Beziehung, hast du mehr Chancen, Freunde zu gewinnen und Freunde zu halten. Auch für deine Karriere ist die Rhetorik ein Booster. Denk ans Vorstellungsgespräch, ans Jahresgespräch, an vielleicht Partnerschaftsverhandlungen. Immer kommt es auf deine Rhetorik an. Auch wenn du vielleicht eine ganz neue Beziehung suchst, ob der Flirt gelingt, ob mehr daraus wird oder ob deine Beziehung nachhaltig und langfristig vielleicht fürs ganze Leben hält. All das ist abhängig davon, wie gut du kommunizierst. Dabei kommt es im Wesentlichen auf drei Faktoren an. Das wussten schon die alten Griechen, nämlich Logos, Ethos und Pathos. Logos bezieht sich auf deinen Inhalt, also auf deine Sprache, welche Wörter du wählst, welchen Sprachstil oder wie du argumentierst. Mit Ethos ist deine Persönlichkeit gemeint. Wie du tickst, hat einen erheblichen Einfluss auf deine Kommunikation. Und du kannst über Rhetorik deine Persönlichkeit weiterentwickeln, authentisch und professionell kommunizieren und damit zur besten Version deiner Selbst werden. Bleibt noch der Pathos. Mit Pathos ist dein Ausdruck gemeint, also Körpersprache und Stimme. Das, was wir auch unter charismatischem Auftreten verstehen. Auch das hat natürlich viel mit deiner Persönlichkeit zu tun. Die Kombi aus Logos, Ethos und Pathos, also aus deinem Inhalt, deiner Persönlichkeit und deiner Performance, ist es, die dann letztlich ausmacht, ob Kommunikationssituationen gelingen oder eben nicht. Bleibt nur noch die Frage, wie du das dann letztlich machst. Und da ist mein Haupttipp Schritt für Schritt. Druckbetankung wird nicht funktionieren. Vielleicht hast du auch schon mal einen Rhetorik-Kurs gemacht, hast ein, zwei Tage intensiv geübt und dann hinterher gemerkt, boah, so richtig gebracht hat es mir nichts. Und das liegt daran, dass das eine Entwicklung ist. Rhetorik ist ein Prozess. Das kann man nicht so lernen, wie man vielleicht lernt, wie man mit Excel umgeht oder so. Es ist ein Prozess, auf den du dich einlassen musst. Und wenn du dich aber darauf einlässt, wirst du merken, dass du immer und immer besser wirst. Aber letztlich, aus meiner Sicht, hört das Lernen einfach nie auf. Ich hänge Menschen, die toll reden, an den Lippen. Ich sauge ihre Worte auf. Ich höre, was sie sagen. Ich versuche, mir das zu merken, wenn es spannend ist, uns hinterher wieder zu zitieren oder zu erzählen. Und deswegen hört Rhetorik-Lernen nicht auf. Vielleicht hast du nun Lust, dich auf den Weg zu machen. Ich würde mich riesig freuen. Nutze meinen YouTube-Kanal oder meinen Newsletter, um Impulse zu kommen. Und mach dich auf den Weg. Ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Und nochmal, ich bin zutiefst überzeugt davon, dass eine gute Rhetorik dich erfolgreicher und glücklicher macht. Viel Erfolg!